So Leute, wie ihr sehen könnt, nehme ich euch mal mit zum Einen. Hier auf meiner GoPro und meiner Teleskop-Anroute in dem Einschlägeangset von Algier. Dann wollen wir die anderen aufbauen. So, mal gucken, ob unsere Köder funktionieren. Jawohl, jetzt kannst du rausziehen. Was haben wir denn noch da? Schau mal, die Ösen gerade, guck mal, dass sie in einer Flucht sind. Hier in einer Flucht und hier ziehen und hier auseinanderziehen und hier ziehen und hier ziehen. Genau. Jetzt ist aber da oben. Oh, wir haben doch noch Haken da, oder? Ah ja, wir haben noch Haken, guck mal. Und wie besser, Mensch? Wir haben welche gekauft, das habe ich gerade vergessen. Hier haben wir noch mehr. Sind das die gleichen? Dann machen wir einen Haken dran, Mensch. Ja, kein Stress. Das ist eilig. Jedenfalls haben wir jetzt Haken genug. Das ist doch gut. Ja. Das kann nicht schaden, wenn man genug Haken hat. Haben wir hier noch einen gebrauchten Haken liegen? Nein, da machen wir einen Neuen dran. Und ich dachte, die Haken gehen nun aus. Was ist? Kommt. Hättet ihr noch. Ja, ich jetzt. Der Haken ist da. Moment, er ist reingeblieben. Das darf nicht wahr sein. Bleibt der Haken in das Hüge hängen jetzt. So. Oh. Haken ist drauf. Schwimmer. Dann brauchen wir noch einen Köder. Mal gucken, ob diese in die Köder funktionieren. Gucken mal. Eingelegte Schrimps. Da fliegen die Fische drauf. Wahrscheinlich beißen die wie verrückt. Okay. Also. Umklappen. Ja. Schau mal. Schau mal. Die erste dran. Hä? Schon? Ja. Einer am Haken. Ja. Ah, das geht ja ruckzuck. Komm, sie hier. Hopp. Das geht ja ruckzuck hier. War mal auf den Stein. Komm mal her. So, ausgezappelt. Oh, das ist eine große Vorräte. Wo ist jetzt der Haken? Da unten ist er. So, schauen wir, ob wir den rauskriegen. Habe ich den Haken raus, ja. Also, dann kannst du selber Kröter dran machen. Oh, Vorsicht, ich stecke fest. Moment, immer noch. Halt, nicht ziehen, ich stecke immer noch fest. Achtung, den Haken im Auge behalten. Nicht, dass einer ihn ins Auge kriegt. Oh, das sind große Forellen heute. Wir hatten doch mal einen Ständer, ist der nicht da drin? Der ist doch kaputt, hast du vergessen? Ah, der ist kaputt gegangen, gell? Das solltest du dann beim nächsten Mal kaufen. Ein Ständer. Ja, guck mal. Aber es reicht auch nicht, wenn hier ein Loch irgendwo wäre. Hier ist Kröter. Da ist der Haken. Siehst du den? Hier. Kriegst du es rauf, versuch mal, das ist eine Fummelerei. Auf diesen Föder fliegen die Fische. Das geht ruck, zuck, dann haben wir unser Mittagessen gefangen. Na ja, der Falsch ist voll Bischer, das waren wenig Leute, die sind ja hier. Wegen Corona sind wenig angegangen. Oh, guck, guck mal. Ist ziemlich... So, ich bin mal in Deckung. Und weg im schlechten Wetter. Halt, halt, halt. Immer den Haken im Auge behalten. Wollst du denn den Köder? Du hast den Köder verloren. Warte mal, ich mach einen neuen dran. Na ja, wir haben ja genug. Okay. Auf ein neues. Falken ist es drum, wer zuerst anbeißen will. Guck mal. Hey, guck mal, so viele Fische, hä? Ja, Wahnsinn. Es waren kaum Leute da, mit dem Corona. Martin, komm. Du bist der Schwimmer. Du bist der Schwimmer und der Angel ist. Hopp. Wo ist er? Hier. Hopp. Jawoll. So. Und die nächste. Guck mal, der hat nicht mal den Köder geschluckt. Der Köder steckt noch hier. Und wo ist der Haken? Zieh mal ein bisschen. Da unten. Aha. Ja. Ja. Jawoll. Ich habe den Aachen. Also. Aachenköder wieder drauf. Nummer zwei ist gesichert. Das wird ja heute ein leichtes Spiel, so wie es aussieht. Jungs! Präsident … In das Bussi… Weitere. Not. Tja. 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 Mimine. Tja. Tja. Ah, das ist ein Riesentrick, also wenn Sie da nicht drauf schieben, dann weiß ich auch nicht. Habst du die ganze Zeit filmen? Du hast den Kutter verloren, so freuen sich die Fische. Da rühre ich doch dran, Mensch. Soll ich den dran machen? Dann hast du den ganzen Haken verloren. Der ganze Haken ist weg. Du, dass wir genug Haken haben. Wie ist denn das passiert? Keine Ahnung. Da steckt der ganze Haken. Ja, da ist kein Haken mehr dran. Er ist weg. Okay, da haben wir ja noch genug. Ich probiere mal von diesem Haken aus hier, die sind größer. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020